Ich habe auf TikTok so einen Bot, aber nicht irgendein Bot, sondern eine Ashley. Ich bin die Ashley. Ashley hat dieselben Absichten wie jeder andere Bot auch, und zwar dich auf irgendwelche Schmuddel-Videoseiten zu locken. Schmuddel-Videos? Aber wie Ashley genau kommentiert ist, finde ich ziemlich advanced für so einen Normalo-Bot. Normalerweise sind Bots super generisch, die schreiben dann einfach hin, dass du ein geiles Video gemacht hast und guß, guß auf die Nuss, mach weiter so. Ashley wiederum hat irgendeine AI im Hintergrund, die meine Videos komplett analysiert, um dann einen Kommentar abzuseilen, das halt zum Video passt. Ich mache ein Video über sprechende Toastbrote und sie dann so. Dieser Cartoon zeigt die tiefgründelten Fragen des Lebens auf und das auf eine lustige Art und Weise. 312 Likes. Aber Ashley ist auch nicht perfekt. Manchmal guckt sie sich ein Video von mir an und fragt sich dann, was zum Bums ich da eigentlich überhaupt erzähle. Zum Beispiel habe ich mal den Ort eines Fotodiers gesucht, der sich dann in Norwegen befand. Und Ashley schreibt dann irgendwie auf random, dass sie jetzt fasziniert sei, durch mich die kleinen Wasserorganismen in Norwegen zu entdecken. Ich meine, ja, ich halte keinen davon ab, sowas zu tun. Also, kleine Organismen sind immer gut.